Ja, Herr Luiz, hier ausverläuft in meiner Tür, kommen wir leider vom Einkauf. Das ist der zweite Aufnahmeversuch, vorher hat es nicht geklappt, ich weiß nicht warum, dass es mit der Menge des Kappels gekauft hat, jedenfalls Kappels gekauft, Zerat, Romana-Rumana, dann mal Oliven, weil der Christian davon noch nicht geändert hat, die Gurfe, einmal Zwiebeln, dann die roten Bohnen zweimal, zweimal Erbsen für den Zwiebeln und einmal ein Zwiebeln. Ja, dafür habe ich bezahlt bei 37,51 Euro und die Zwiebeln kam 1,19 Euro und die Bananen, habe ich schon hier rübergebracht, das sind die Bananen, 1,24 Euro und so viel von hier. Ja, wie gesagt, ich habe im Moment Aussetzer bei 1080p, habe ich Aussetzer und jetzt hat er gar nicht aufhören. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit der Menge des Verlängerungskappels zu tun hat oder woran das liegen kann oder an den verschiedenen Programmen, jetzt nehme ich mit dem MovieMaker auf, aber der hat wahrscheinlich mit einer kleinen Auflösung, nimmt er jetzt auf. ich sage, ich habe einen Tipp, ich sage, ich gebe es dir einmal ab, vielleicht geht es um nach oben. Ich sage, ich sage, ich habe Besucher, ich sage, dass wir jetzt mit dem dagen, wenn ich das erste Mal ver telling – ich sage, 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 es gebe ich gerade zu mir. Hallo Leute, hier ist wieder Klaus von der alten Generation. Der zweite Auftrag und Versuch mit der Logitech-Stockherm in 1080p. Ich komme gerade vom Einkauf, weil ich dann wieder normalerweise habe. Da sind die Zwiebeln. Dann habe ich heute zur Feier des Tages mal Oliven geholt, weil Christian davon neulich gesprochen hat. Eine Gurke, zweimal rote Bohnen, zweimal grüne Lingen und den Sojadrink. Und dazu gibt es noch die schönen Bananen. Der ganze Spaß kam jetzt zum Euro 51. Die Oliven 79, die Zwiebeln 1,19 und die Bananen 1,24. Kann man doch nicht mitmachen. Mal sehen, ob das geklappt hat mit der Aufnahme. Ob ich hier mit dem Kopf stehen bin oder nicht. Ok Leute.